Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Ich hoffe ich bin gut zu hören. Meine erste Präsentationsfolie ist zu sehen und dann später natürlich auch die Live-Demo. Wie immer gibt es auch heute viel live zu sehen zu dem Thema, was wir geplant haben. Aber es lohnt sich, dieses Thema der Storage Migration Services kurz vorzubereiten. Eure Mikrofone würde ich auf stumm geschaltet lassen. Würde ich euch auch bitten, selbst darauf zu achten und gerne könnt ihr mir über die Chat-Funktionalität jetzt schon Feedback geben, ob ihr mich verstehen könnt, ob ihr alles sehen könnt. Und natürlich könnt ihr über die Chat-Funktionalität wie immer eure Fragen stellen. Ja, damit können wir eigentlich loslegen. Ich warte jetzt noch ganz kurz. Bild ist da, hatte ich einmal als Rückmeldung bekommen. Ich schaue mal, ob es auch mit dem Ton passt, ob da noch jemand kurz Feedback gibt. Einen wunderschönen guten Morgen, jetzt auch mit Ton. Ich habe gerade schon mal kurz getestet, da konntet ihr mich aber nicht hören. Jetzt machen wir noch mal einen kurzen Test. Bild ist da, habe ich schon gelesen. Ich hoffe, ich bin auch akustisch zu hören. Eure Mikrofone wird nur auf stumm geschaltet lassen, weil wir das Ganze auch aufzeichnen. Und ihr könnt mir aber gerne über die Chat-Funktionalität Feedback geben, ob ihr mich hört. Und jetzt höre ich, Bild und Ton sind gut. Ja, ich habe hier das Stummschalten heute bei meinem ersten Test mal vergessen. Jetzt aber alles gut. Jetzt hört ihr mich. Prima, damit können wir loslegen. Den Chat nutzt ihr natürlich gern auch für eure Fragen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem WBSC Teams Talk der Sprechstunde. Heute zum Thema Storage Migration Services. Es geht um die Migration von File-Servern. Wir haben ja ganz allgemein schon über das Thema der Migration älterer Windows Server Systeme gesprochen. Heute geht es speziell um File-Server und ganz konkret um den Storage Migration Service. Ein toller Dienst, den Microsoft in den Windows Server 2019 eingebaut hat und zwar in die Standard und in die Data Center Edition. Das ist ganz wichtig, vorweg gleich zu vermerken. Es gibt ja auch noch das Produkt Windows Server 2019 Essentials. Windows Server 2019 Essentials hat leider einige Features nicht. Dazu gehören die Storage Migration Services. Aber mit Standard und Data Center sind wir dabei und das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Ganz kurz bevor es losgeht. 44 dieser Termine haben wir. Alle sind zu finden unter www.wbscevents.de.webcasts. Es gibt 22 zum Thema Windows Server. Da gehört der heutige dazu. 11 zum Thema Microsoft 365. Da gehört zum Beispiel der morgige dazu zum Thema Exchange Online, Management von Exchange Online und dann gibt es 11 mal den Partner Support, wo ihr eure Fragen stellen könnt und zwar zu beliebigen Themen aus der Microsoft-Produktwelt. Sehr gerne könnt ihr aber heute natürlich zu unserem Thema irgendwie passend Windows Server und Storage und Migration unbedingt auch über den Chat eure Fragen stellen. Gut und damit, wenn ihr irgendeines der Themen verpasst haben solltet, schaut auf YouTube vorbei. Da gibt es den Kanal von Sven Langenfeld, youtube.com. Sven Langenfeld WBSC und es gibt meinen Kanal youtube.com. Manfred Helber. Abonniert doch einfach beide, dann verpasst ihr nichts. Weder ein Video von uns noch ein online gestelltes Live Event. YouTube bietet sich da für uns für das Streaming an, weil die Bildqualität sehr gut ist und gerade wenn wir Live-Demos machen, wie ich gleich zu den Storage Migration Service, dann haben wir dort die volle Auflösung Full HD und auch 4K wäre dort theoretisch möglich bereitzustellen. Jetzt wollen wir mal migrieren. Wie schaut das aus? Der Storage Migration Service ist Bestandteil von Windows Server 2019. Standard und Data Center sagte ich und in dem Storage Migration Service haben wir die Situation, dass wir den nicht zusätzlich lizenzieren müssen. Das ist wie viele andere Rollen enthalten. Ich brauche da jetzt nicht irgendwie eine spezielle Cal-Version oder so dafür, sondern ich habe den Windows Server lizenziert. Meine Clients haben natürlich ganz klassisch kleinen Access Lizenzen und es geht darum, dass wir migrieren von vorhandenen File-Servern, das könnten auch Windows Server 2003 Systeme sein, also beliebige File-Shares und Premises über den Storage Migration Service auf beliebige Ziele. Naja, wie immer ist da natürlich auch Azure dabei, aber ich werde heute nicht nach Azure migrieren, weil das Thema der Hybriden-Dienste, das hatten wir schon. Da gibt es ein Video dazu, da gibt es ein Recording dazu, da haben wir uns schon drüber unterhalten. Aber letztendlich die Bereitstellung auf einem neueren File-Server, das wollen wir uns anschauen und zwar werden wir konkret dann in der Live-Demo migrieren, einen Windows Server 2008 Release 2 basierenden File-Server auf einen Windows Server 2019. Quelle kann alle sein ab Windows Server 2003. Ziel könnten sein Windows Server 2012 Release 2, 2016 und 2019. Da aber vielleicht ein bisschen drauf achten, Windows Server 2012 Release 2 geht Ende 2023. End of Support ist nicht mehr so weit hin. Also sind aus heutiger Sicht drei Jahre, aber ich kann mich noch erinnern, als das Windows Server 2008 Release 2 Support Ende drei Jahre in der Zukunft lag und als wir uns mit einer ähnlichen Perspektive darüber unterhalten haben und wo dann immer so das Feedback war, da ist ja noch weithin drei Jahre, ist ja ewig. Naja, die Zeit vergeht dann doch schneller in vielen Fällen und jetzt haben wir aktuell die Situation und deswegen sprechen wir auch über solche Themen, dass es noch ganz, ganz viele Systeme gibt mit Windows Server 2008 Release 2 Markt und deswegen am besten jetzt auch schon mit dem Windows Server 2012 und 2012 Release 2 basierenden Systemen mit der Migration frühzeitig anfangen und ich würde die halt definitiv nicht mehr als Ziel nutzen. Das heißt maximal noch, wenn die irgendwo vorhanden sind, weiterverwenden, aber keinesfalls für neue Dienste, die wir dort einrichten, sondern maximal noch für Bestands-Services oder Bestands-Konfigurationen. Jetzt für die Migration schaut es so aus, dass das Ganze verwaltet wird über das Windows Admin Center. Es gibt zwar auch die Möglichkeit über die PowerShell das zu tun, aber über die PowerShell würdet ihr jetzt ein paar Skripte sehen und die würden erfolgreich laufen oder nicht. Also man hätte auf jeden Fall nicht so den direkten Einblick in die einzelnen Phasen. In einem Windows Admin Center geht das sehr schön, weil wir haben dort letztendlich unsere Storage Migration Services Jobs und zwar gibt es da drei Kategorien. Es gibt einmal die Inventarisierung, da wird das Altsystem analysiert, da wird sich angeschaut, was gibt es an Freigaben, wie groß ist die Datenmenge, funktioniert das überhaupt mit der Migration, ist das kompatibel. Dann erfolgt der Transfer der Daten, also Übertragung auf das neue System und dann haben wir abschließend den Cutover. Beim Cutover schaut so aus, dass wir sogar die IP-Adresse und den DNS-Namen auf das neue System mit umziehen können. Jetzt beim Inventory werden wir sehen, legen wir über das Windows Admin Center einen entsprechenden Job an und dazu brauchen wir den sogenannten Orchestrator Service und den Proxy Service von unserem Storage Migration Service und der kann einen oder mehrere File Server analysieren. Ich würde sagen, den Schritt schauen wir uns gleich mal an, weil das dauert ein bisschen. Das heißt, ich wechsle hier in meine Live-Demo Umgebung und wow, da sehen wir meinen alten File Server. Ist ein Windows Server 2008 Release 2, so hat er ausgesehen. Für diejenigen, die ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben, ich hoffe, ihr habt ihn schon länger nicht mehr gesehen, wenn noch, dann dort, so wie wir es jetzt auch tun, an die Migration denken. Der heißt bei mir D110FS2008R2, also ist ein File Server 2008 Release 2. Ich habe den mal so benannt. Die File Services Rolle ist installiert und es gibt dort ein paar Freigaben, also wir könnten hier zum Beispiel mal eingeben, ein D110-FS2008R2. Dann sehen wir, da gibt es irgendwie einen Austausch, da gibt es Daten, da gibt es ein Install. Das ist also ein File Server, der dort im Netzwerk in Nutzung ist. Der befindet sich in meiner Domäne, die ich hier verwende. Und jetzt gibt es einen Server, den ich nutzen möchte für die Storage Migration Services. Und der Server ist bei mir jetzt zufälligerweise der Server 14. Das ist einfach ein Windows Server 2019. Wir schauen mal rein. Und auf dem ist jetzt noch nichts installiert. Schauen wir uns das System mal an. Das ist ein frisch installierter, aktuell gepatchter Windows Server 2019 Rechner. Ist ein Windows Server 2019 Standard. Der ist aktiviert, ist bei mir eine virtuelle Maschine. Wenn wir uns hier mal so die Rollen und Features anschauen, sehen wir, da ist außer den Standard Komponenten noch nicht groß etwas installiert. Das heißt, das ist ein System, was außer dem Patching und dem Einbinden der Domäne noch den Standard Werten entspricht. Naja, der ist jetzt gerade neu gestartet, deswegen dauert das Laden hier ein Momentchen. So, sehen wir File & Storage Services. Das hatten wir ja gestern besprochen. Die Storage Services sind da immer da. Ansonsten keine weiteren Rollen und ansonsten auch keine weiteren Features, die dort installiert sind. Außer, der wird von Azure Monitor überwacht. Ihr erinnert euch, wir hatten das Thema der Hybriden Cloud Services und dann hatte ich Azure Monitor vorgestellt. Da wird das System mit überwacht. So, jetzt haben wir also zwei Beteiligte an der Stelle schon mal. Wir haben unseren alten File Server und wir haben den Server 14. Das soll dann unser ja Storage Migration Server sein. Also der letztendlich, der dann die Inventarisierung macht. Gesteuert wird das Ganze über das Windows Admin Center. Das rufe ich jetzt hier mal auf. Und den Server 14 haben wir da schon drin. Den 2008 R2 File Server haben wir noch nicht drin. Und auch den Ziel File Server haben wir noch nicht drin. Jetzt ist wichtig, die müssen wir auch nicht drin haben. Ich muss hier mein Ziel File Server nicht einbinden und ich muss hier meinen Quell Server nicht einbinden. Denn bei dem 2008 Release 2 System ist es so, den kann ich ja nicht einfach so ins Windows Admin Center hinzufügen. Ich mache es mal ganz kurz mit dem File Server 02. Ich gehe mal hier auf hinzufügen. Mein Ziel Server wird der D110-FS 02 sein. Wichtig, ich darf den hinzufügen, ich müsste den aber nicht hinzufügen. Der File Server 2008 Release 2, den könnte ich nicht hinzufügen, weil das ein 2008 Release 2 ist, der noch nicht das Windows Management Framework 5.1 installiert hat. Das heißt, hier müsste ich ein aktuelleres Windows Management Framework installieren, was sich jetzt für mich überhaupt nicht lohnt, weil nach der Migration wird er offline genommen. Und deswegen ist wichtig zu wissen und zu speichern, dass wir hier keine Einbindung des Quellsystems benötigen. Das Wichtigste ist unser SMS Server und das ist bei mir der Server 14 bzw. der ist es noch nicht, der wird es jetzt erst. Ich gehe also über das Windows Admin Center und ich gehe dort über Rollen und Features, denn auf diesem System muss ich Rollen und Features installieren. Und zwar finde ich das in der Liste der Funktionen oder Features. Da gibt es den Storage Migration Service. Ist für mich jetzt gerade ein bisschen ungewohnt, weil ich das Ganze auf Deutsch gerade habe im Windows Admin Center. Das lässt sich ja umstellen. So, jetzt gibt es den Storage Migration Service und den Storage Migration Service Proxy. Ich werde beides installieren. Jetzt ist es allerdings so, den Storage Migration Service Proxy, den brauche ich auf dem Zielserver, wo die Daten hin migriert werden. Den Storage Migration Service, den brauche ich auf dem sogenannten Orchestration Server. Jetzt installiere ich bei mir beides, weil ich damit flexibler bin. Wenn ich den Storage Migration Service Proxy auch auf dem System drauf habe, dann könnte ich theoretisch auch eine Migration machen eines älteren File Servers auf ein Zielserver Windows Server 2016. Das heißt, mein Mittelsmann ist Windows Server 2019. Meine Quelle kann ganz alt sein. Mein Ziel könnte ein System sein ab Windows Server 2012 Release 2. Beides installiere ich, wähle ich aus, gehe auf installieren. Jetzt dauert es ganz kurz, schaut hier nach Abhängigkeiten und dann wird installiert. Jetzt kennen wir das ja beim Windows Admin Center. Das ist auf der linken Seite bei den Tools dynamisch. Das bedeutet, wenn ich einen Zielserver habe, der eine bestimmte Funktion anbietet, dann wird das dort eingeblendet. Und wenn das der entsprechende Zielserver nicht hat, dann wird das dort nicht eingeblendet. Jetzt dauert es bei mir hier oben kurz, bis der Storage Migration Service installiert ist. 92% hat er schon erreicht. Und dann kann ich hier bei den Tools auf den Storage Migration Service zurückgreifen. Das mache ich jetzt auch mal. Storage Migration Service wird geladen. Und jetzt sehen wir hier, ähnlich wie auf meiner Präsentation, es gibt drei Phasen. Auftrag erstellen und Inventarisierung durchführen. Daten von alten Servern übertragen. Auf die neuen Server umstellen. Also der sogenannte Cutover. Prima. Das wollen wir mal tun. Erster Schritt ist, wir erstellen einen neuen Auftrag. Den nenne ich hier mal SMS für Storage Migration Service Job 01, SMS Job 01. Quellgeräte. Windows Server und Cluster. Linux Server wäre auch denkbar. Ich habe vielleicht ein Linux basiertes Quellsystem. Ich habe Windows Server und Cluster. Okay. Okay. So. Die Inventarisierung. MHDemoLab Administrator möchte ich als User nutzen mit dem entsprechenden Kennwort, was dem User zugewiesen ist. Dieser User braucht auf dem Quellgerät zumindest durchgängig lesenden Zugriff. Mein User hat auf dem Quellgerät administrativen Zugriff. Da gehe ich auf Weiter. So. Welches Gerät soll denn überprüft werden? Ich füge mal ein Gerät hinzu. Gerätename ist bei mir D110-FS2008R2. Alternativ könnte mir eine Active Directory Suche durchführen. Ich denke aber, dass ich das richtig eingetippt habe. Er hat den hier drin. Konfiguration ist noch unbekannt. SMB-Informationen sind noch unbekannt. Größe, Daten und so weiter. Alles noch unbekannt. Naja, jetzt können wir hier unter Mehr die Überprüfung starten. Das hängt jetzt ein bisschen von der Bildschirmauflösung und der Einteilung ab, ob das hier unter Mehr versteckt ist oder ob da direkt Überprüfung starten ansteht. Also ich klicke mal auf Mehr Überprüfung starten und jetzt legt der los, dieses System zu testen. Er schaut also, ob auf meinem Quellserver die Rahmenbedingungen für eine Migration durch den Storage Migration Service geeignet sind. Das dauert ein Momentchen. In der Zeit gehe ich jetzt mal an den Zielserver ran. Das könnte ich im Windows Admin Center machen. Ich zeige euch aber mal, dass es natürlich auch das Ganze im Server Manager gibt. Ich gehe mal auf den File Server 02. Das soll mein Zielserver werden. Wichtig, den Storage Migration Service selbst. Den kann ich nur PowerShell antriggern oder über das Windows Admin Center. Aber es geht mir jetzt hier darum, an dem File Server 02 muss ich noch eine Rolle installieren für die Migration. Entschuldigung, nicht eine Rolle, sondern ein Feature. Und zwar brauche ich hier auch den Storage Migration Service, und zwar den Proxy. Nicht den Service selbst. Das ist das Orchestrierungstool. Das haben wir jetzt einmalig auf dem Server im Netzwerk. Wir dürften da natürlich mehrere haben, aber typischerweise haben wir den einmal, worüber das alles läuft. Den Proxy installieren wir auf allen Windows Server 2019 Migrationszielen. Auf älteren Servern gibt es den Proxy nicht und deswegen muss es dann über den Mittler laufen, da was bei mir der Server 14 ist. Deswegen hatte ich dort den Proxy mit installiert, dass wir die Option auch haben. Storage Migration Service Proxy, das passt. Ich gehe auf Next und installiere den auf dem File Server 02, also auf meinem neuen Zielserver. So, jetzt schauen wir uns mal an, was die Analyse hier macht. Jetzt sagt er, wunderbar, der ist in meiner Domäne. Konfigurationsüberprüfung erfolgreich, SMB erfolgreich, 9 GB an Daten habe ich, sind 3000 Dateien. Ich habe eine Startzeit und Endzeit. Sehe also, das war erfolgreich und im unteren Bereich habe ich Details. Ich sehe hier meine drei Freigaben. Die haben wir uns vorhin angeschaut. Sehen wir, Austausch ist leer. Daten ist das größte. In Install ist irgendwie ein bisschen was drin. Dann haben wir die Konfiguration. Ich sehe den Namen des Quell-Servers, die Volumes, das Systemlaufwerk. Ich sehe die Netzwerkadapter. Dann sehen wir zu den Netzwerkadaptern Details, die IP-Adresse, Subnet, Gateway, was konfiguriert ist und die Volumes. Ich sehe, da gibt es ein Volume C, da ist das Betriebssystem installiert und ein Volume E, da sind dann letztendlich unsere Daten. So, dann eine Frage, wenn ich nur eine Migration durchführen will, wäre es dann sinnvoll, direkt auf dem Ziel-Server zu installieren? Absolut. Also mein Szenario sieht im Moment so aus. Es gibt mehrere Beteiligte und zwar, wenn wir mal ein bisschen ranzzoomen, schauen wir, ob ich das auf ein Screen draufbringe. Genau. Es gibt bei mir den Quell-Server in rot markiert. Das ist der File-Server 2008 Release 2. Es gibt den Ziel-Server, den FS02, der dann gleich ins Spiel kommt. Es gibt den Server, der den Storage Migration Service letztendlich ausführt, der die Orchestrierung macht. Und es gibt den Windows Admin-Center-Server. In der Praxis könnte das Szenario auch so aussehen, dass es den Server 2008 Release 2 gibt und den File-Server 02. Das heißt, was ich so verteilt habe, um skalierbar zu sein, um die Rollen zu trennen, das könnte ich in der Praxis so handhaben, dass ich sage, der FS2008 Release 2 ist mein alter File-Server und der FS02 ist mein 2019er. Da läuft die File-Server-Rolle, da läuft der Storage Migration Service, der Storage Migration Service Proxy und sogar das Windows Admin-Center könnte da auch drauf laufen. Das bedeutet, mein Storage Migration Server selbst könnte auch das Migrationsziel sein. Da muss ich bloß aufpassen, die Migration besteht aus drei Phasen und die letzte Phase ist der sogenannte Cut-Over, also das Übernehmen aller Einstellungen. Das bedeutet, der File-Server 02 bekommt dann auch den Namen vom alten File-Server und die IP-Adresse und die sonstigen Einstellungen. Das kann ich natürlich dann letztendlich nur einmal machen. Aber wenn ich nur einen File-Server habe, den ich migrieren will, dann muss ich das auch nur einmal machen. In meinem Szenario ist es so, dass ich diese Demo vielleicht irgendwo nochmal machen möchte. Vielleicht gibt es ja Fragen im Partner Support Call oder so, wo ich nochmal drauf zugreifen möchte. Und deswegen habe ich bei mir mich entschieden, einen dedizierten Storage Migration Service Server zu haben, den ich dann immer nutzen kann, wenn ich einen File-Server migrieren möchte. Geht aber auf jeden Fall, so wie die Frage ist ja auch viel einfacher, dass der SMS mein Ziel-Server letztendlich auch ist. Gut, dann legen wir hier mal los oder machen wir hier mal weiter, schauen uns da noch ein bisschen an, was er hier gefunden hat in dem Windows Admin Center, also die Volumes, die Größe. Dann sagt er mir noch, ob das komprimiert ist oder BitLocker aktiviert ist. Das mit dem komprimiert ist ganz wichtig, weil wir hatten das Thema gestern, als es um die Storage Services ging, ich meine, gestern war es, wo wir ja besprochen haben, die Daten-Deduplizierung passiert auf Ebene des Volumes, also auf Ebene des Laufwerks, des logischen Laufwerks, das heißt, es muss nicht der physische Datenträger sein. Und die Deduplizierung erfolgt im Nachgang. Wenn ich jetzt also hier auf meinem Quell-Server vier Terabyte an Daten hätte und mein Ziel-Server hat nur zwei Terabyte Speicherplatz, dann können die dort mit aktiver Deduplizierung locker reinpassen. Aber ich kann die nicht am Stück rüber migrieren oder ich muss dafür sorgen, dass während der Migration schon dedupliziert wird. Also ich kann einfach nicht in zwei Terabyte, vier Terabyte reinpacken, ohne zwischendrin zu optimieren, also zu deduplizieren. Das ist letztendlich, wo wir hier auch gleich die Information haben und was er hier mit berücksichtigt. Genau, da haben wir auch gerade die Frage mit der Deduplizierung. Natürlich funktioniert das, aber ich muss halt darauf achten, dass die Deduplizierung eine gewisse Laufzeit hat, dass das im Nachgang funktioniert. Gut, Phase 2, Daten übertragen. Er weiß noch gar nicht, wohin? Das kommt jetzt. Jetzt geht es also um das Übertragen von Daten und wir schauen mal ganz kurz an unseren Ziel-Server. Der FS02 soll der Ziel-Server werden und was auf dem FS02 sein muss, da habe ich einen kleinen Fehler vielleicht gemacht. Wir schauen es uns mal ganz kurz an. Der FS02, doch ist es schon vorbereitet. Der muss die File-Server-Rolle installiert haben und der Ziel-Server muss auch in der Firewall überhaupt einen Zugriff für die File- und Storage-Services erlauben. Das habe ich bei mir auch gemacht. Das heißt, ich habe hier ein File- und Printer-Sharing zugelassen. Das ist nicht unbedingt standardmäßig so. Also, File-Server-Rolle installiert, die Firewall lässt den Zugriff darauf zu und ich habe den Storage-Migration-Service-Proxy installiert. Was haben wir hier an Laufwerken? Wir haben an dem System ein Laufwerk C, das ist Betriebssystem, ein Volume E, das ist leer. Es gibt dort auch keine Freigaben. Wenn ich mir das mal anschaue, ich gehe hier mal auf den D110-FS02, sehen wir, keine Freigaben. Auf dem FS2008R2, das sind die Freigaben, die wir vorhin gesehen haben. Darum geht es uns, die rüber zu migrieren, inklusive aller Inhalte, inklusive aller Berechtigungen und letztendlich sogar inklusive des Rechnernamens. Das heißt, wenn wir fertig sind und das erfolgreich läuft, was ich hoffe, es ist live, also von daher kann immer mal was passieren, dann wird dieser FS02 am Ende nach der Migration D110-FS2008R2 heißen. Ob das in der Praxis so sinnvoll ist, ist die Frage. Wir können ihn ja wieder umbenennen. Letztendlich werdet ihr in der Praxis euren Fileserver aber nicht nach der Betriebssystemversion benennen, sondern der heißt bei euch FS01, FS02 oder Fileserver oder Dateiablage oder wie auch immer. Und typischerweise wollen die Kunden schon diesen Namen beibehalten, weil da sind ja die ganzen Netzlaufwerke hingemappt, da laufen die Anmeldeskripte drauf. Die Kunden oder die User, die da manuell hinbrowsen, die kennen die Pfade und solche Dinge. Deswegen ist schon ein typisches Ziel, dass der Name erhalten bleibt. So, ich gehe wieder ins Windows Admin Center und im Windows Admin Center haben wir Anmeldeinformationen für das Zielgerät. Ich arbeite mit einem Domain User, der dort administrative Rechte hat, also auch auf dem Zielgerät. Das passt also. Ich gehe auf Weiter. So, was möchte ich tun? Ich könnte einen neuen virtuellen Azure Computer erstellen. Ich könnte also einen neuen Computer in Microsoft Azure erstellen, um das dorthin zu migrieren. Warum sollte ich das tun? Vielleicht möchte ich meine On-Premises-Infrastruktur verschlanken. Und ich möchte bitte bestimmte Dinge nach Azure auslagern. Wiederum die Frage, warum sollte ich das tun? Wir haben häufig die Diskussion bezüglich Exchange. Ganz anderes Thema. Aber bei Exchange ist die Diskussion häufig so, dass ich sage, ich würde empfehlen, Exchange online zu verwenden. Und dann kommt häufig das Feedback, ja, aber wir haben viel internen Daten, Traffic. Da würde das doch so ein Exchange Server optimieren, weil die Internetverbindung entlastet wird. Ist soweit in der Theorie richtig. In der Praxis hat jetzt zum Beispiel gerade die Situation in den letzten Monaten gezeigt, dass wir sehr viele User haben, die im Homeoffice arbeiten. Und damit stimmt das plötzlich nicht mehr, dass wir ja die Situation haben, dass ein lokaler Exchange Server unsere Internetleitung entlastet. Sondern wir haben eher eine höhere Last auf der Internetleitung, weil ja plötzlich ganz viele User vom Homeoffice über unsere vielleicht nicht allzu schnelle Internetleitung auf unsere Daten zugreifen. Und so ähnlich könnte es auch mit dem File Server sein, wenn der File Server bei uns in der Firma steht und jetzt plötzlich alle aus dem Homeoffice darauf zugreifen. Könnte sein, dass uns unsere langsame Internetleitung hier zum Problem wird, obwohl wir dachten, dass wir es mit dem internen Server besser machen. Wenn wir jetzt hingegen die Situation haben, dass wir sagen, wir bringen das nach Microsoft Azure, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass unsere Daten schon einmal in einem globalen Rechenzentrum stehen und von den Usern, die jetzt im Homeoffice arbeiten, dort abgerufen werden und nicht mehr über unsere lokale Internetleitung. Das ist eine Option, muss man nicht machen. Hier könnte man die VM erstellen. Dateien nicht übertragen. Naja, es könnte ja sein, dass ich viele File Server habe und ich möchte jetzt nicht alle auf einmal migrieren, sondern ich hatte vorher eine Liste von vielleicht fünf File Servern hinzugefügt und ich möchte jetzt erstmal einen migrieren. Naja, ich möchte einen vorhandenen Server oder virtuellen Computer verwenden und der vorhandene Server heißt D110-FS02. Soll er mal scannen. So, Ziel wird gescannt. Schaut er also, ob der da ist, ob er den erreichen kann. Prima. Jedes Quellvolume einem Zielvolume zuordnen. Naja, ich habe bei mir E und E. Das ist aber Zufall. Das dürften unterschiedliche Laufwerksbuchstaben sein. Was aber wichtig ist, mein verfügbarer Speicherplatz muss den erforderlichen Speicherplatz abdecken können. Ich habe 600 GB, 9 GB müssen rein. Das passt. Dann kann ich hier festlegen, welche Freigaben übertragen werden sollen. Vielleicht will ich ja den Install nicht mitnehmen, weil da viele alte Installationssourcen drin sind, die ich gar nicht mehr brauche und die den gesamten Datentransfer einfach nur unnötig aufblähen würden. Kann ich hier einzelne Elemente rausnehmen. So, ich gehe auf Weiter. Dann haben wir unsere Einstellungen anpassen. Ich kann für übertragene Daten eine Prüfsumme bilden, damit er guckt, ist denn das an der Quelle und am Ziel identisch. Hat sich dort nichts versehentlich oder absichtlich verändert? Dann wie lange darf denn das Ganze dauern? Also wann läuft der denn in ein Timeout rein? Dann Benutzer und Gruppen migrieren. Es geht nicht um Active Directory. Das ist die häufigste Frage, die zu dem Storage Migration Service gestellt wird. Was ist denn mit Anwendungen, die ich auf dem alten Server habe? Was ist, wenn der alte Server mein Domain Controller ist? Dieses Tool, was wir uns gerade anschauen, heißt nicht Universal Migration Service, sondern der heißt Storage Migration Service. Das heißt, migriert werden Freigaben, Berechtigungen, die Inhalte in den Freigaben natürlich, der Servername, die IP-Adresse. Es wird nicht migriert, das Active Directory. Es werden nicht migriert, Applikationen, sondern es geht um Storage Inhalte. Jetzt werdet ihr sagen, da steht aber doch was von Benutzer und Gruppen. Ihr habt vielleicht mal etwas von dem AGDLP Prinzip von Microsoft gehört. Das AGDLP Prinzip ist ein Berechtigungsvergabemodell, wo wir sagen, okay, wir haben zunächst mal den Account als Ausgangssituation. Dann haben wir den Domain User, wir schreiben es uns mal auf, also Account, dann haben wir die globale Gruppe, dann haben wir die Domain Gruppe, dann haben wir die Local Gruppe und dann haben wir letztendlich die Permission. Und dieses L-Element, das da, das kann ein lokaler Account auf meinem Fileserver sein. Und naja, das könnte also eine lokale Gruppe sein, in die wir Domain User aufgenommen haben, um darüber die Berechtigungen zu pflegen. Warum macht man sowas? Naja, wenn ich auf dem Fileserver lokal eine Gruppe habe, dann kann die der Fileserver-Admin in der Form pflegen, dass er regelt, wer ist dort Mitglied, ohne dass er Zugriff auf die Domäne benötigt. Also sagen wir mal, ist ein Prinzip, um hier Berechtigungen zu abstrahieren, um das entsprechend delegieren zu können. Das brauche ich sicher nicht in der Ausprägung in einer kleinen Umgebung, wo ich einen Fileserver habe und einen Administrator. Jetzt dürfen wir das da trotzdem tun. Der Storage Migration Service, der unterstützt uns aber halt, solche lokal angelegten Objekte mit zu migrieren. Ich könnte sagen, Benutzer und Gruppen nicht übertragen, konnten mit gleichen Namen wiederverwenden oder konnten mit gleichen Namen umbenennen. Jetzt, wenn irgendwo bei der Übertragung was schief geht, kann irgendein Objekt nicht übertragen werden. Er läuft dort in einen Fehler rein. Wie oft soll er es wiederholen? Dreimal, Verzögerung zwischen den Wiederholungen, 60 Sekunden. Jetzt haben wir hier eine Frage, wie ist es denn jetzt, wenn der Platz nicht reicht? Wenn wir hier im vorherigen Schritt bei dem Scan die Situation haben, dass er sagt, ich hätte einen erforderlichen Speicherplatz von einem Terabyte und einen verfügbaren Speicherplatz von 600 Gigabyte, dann würde er, wir sehen das jetzt dann gleich, wenn wir weitergehen, gar nicht anfangen zu übertragen und dann nach einer Dreiviertelstunde auf den Fehler laufen, sondern er würde gleich sagen, ich kann die Übertragung so nicht starten. Also er hat hier verschiedene Mechanismen, die sinnvoll prüfen, ob es möglich ist, diese Migration zu beginnen und ob es möglich sein wird, diese Migration abzuschließen. Gut, damit gehen wir einmal auf Weiter. Einstellungen haben wir besprochen. Dann haben wir Gerät überprüfen. Es geht um das Quellgerät. Es geht um das Zielgerät. Überprüfung wurde noch nicht ausgeführt. Das Überprüfen hat hier so ein bisschen ein anderes Logo. Ich klicke da mal drauf. Jetzt geht es los. Er überprüft. Jetzt prüft er das mit der Kapazität. Vorher hat er uns das angezeigt, ob es passen könnte. Er prüft den Zugriff. Also er schaut, ob er auf die Freigaben draufkommt. Er schaut, ob er die Daten übertragen könnte, ob die Berechtigungen passen, ob die Authentifizierung klappt und ähnliches. Schauen wir mal an. Überprüfung erfolgreich. Destination existiert. SMB-Connection funktioniert. Credentials funktionieren. Administrative Rechte passen. Proxy ist registriert. Destination ist eindeutig. Computer sind supported. Volume existiert. Destination Volume existiert. Volume ist eindeutig. Das Filesystem ist supported. Filesystem match. Das ist wichtig. Ich kann nur von NTFS nach NTFS und von ReFS nach ReFS migrieren. Und letzter Punkt und das war die Frage. Genügend Speicherplatz. Hammer. Prima. So. Dann gehen wir auf Weiter und er startet die Übertragung. Jetzt seht ihr hier, dieses Übertragen hat so einen Playbutton. Das könnte ich mehrfach ausführen. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Fileserver, der hat viele Terabyte an Daten. Dann legt ihr jetzt los zu Übertragen und der Fileserver, das Quellsystem ist aber weiterhin online. Jetzt kann man sich vorstellen, dass dort Änderungen stattfinden. Das heißt, es wird zwischen dem Ziel und der Quelle ein gewisses Delta geben. Das ist unschön. Das wollen wir nie. Jetzt würde man also so vorgehen, dass man nach einer ersten Übertragung nochmals überträgt. Und dann vielleicht nochmals und nochmals bis die Deltas immer kleiner werden. Und dann müsste man irgendwann mal den Schritt gehen und sagen, jetzt möchte ich wirklich umschalten. Jetzt möchte ich wirklich switchen zu dem Zielsystem. Und dann habe ich mal eine kurze Downtime, weil ich muss einmal einen Zeitpunkt definieren, wo ich sage, jetzt soll das letzte Delta übertragen werden. Und ich ändere in der Zeit nichts mehr auf dem Quellsystem. Und das kann ich nur, wenn ich den Zugriff dort unterbinde. Naja, starten wir mal die Übertragung. Im Moment kann ich noch auf dem Quellsystem arbeiten. Meine Anwender arbeiten dort noch. Ja, und ich sehe hier jetzt sehr schön Fortschritt. Wie schnell wird übertragen? Wie viel ist abgeschlossen? Geschätzte Zeit bis zum Abschluss? Das geht bei mir schnell. Es sind auch nicht viele Daten. Dann habe ich die Übertragungsdetails, wo ich sehe, was ist meine Quelle? Wie viel ist verarbeitet? Dann habe ich die SAB Details, wo ich sehen kann, was hat er denn schon durch? Austausch hat er schon gemacht. Daten wird ausgeführt. Install kommt dann noch. Also das ganz schön gemacht, dass wir da auch so ein bisschen Monitoring haben. Wie schnell arbeitet er gerade? Jetzt bei mir passiert das alles in der virtuellen Welt. Aber gerade wenn ihr jetzt physisch arbeitet und da vielleicht zehn Gigabit oder schnellerer Netzwerk Interfaces hätte, dann würde er auch eine gewisse Datenübertragungsrate erwarten und könnte das daran dann letztendlich ablesen. Ja, jetzt sagt er mir, er konnte hier ein bisschen was nicht übertragen. Sehe ich hier hinten beim Status gleich. Jetzt schaue ich mir die Übertragungsdetails an und sagt er mir, okay, da konnte ich was nicht übertragen. Das gucken wir uns gleich noch an. Ich sehe hier, es gibt ein Übertragungsprotokoll, Fehlerprotokoll, Protokoll mit migrierten Benutzern und Protokoll mit migrierten Gruppen. Wichtig nochmal, Benutzer und Gruppen sind die lokalen auf dem Quellfileserver. Und da haben wir die SMB Details und dann sagt er mir, der hat hier irgendwas übersprungen. Naja, was hat er übersprungen? Das sehe ich, wenn ich jetzt in Übertragungsdetails mir mal das Fehlerprotokoll aufmache. Dauert ganz kurz, Fehlerprotokoll wird geladen. Ja, das dauert jetzt gerade länger als erwartet. Normalerweise geht das sehr schnell, weil das Fehlerprotokoll ist nur eine einfache Datei. So, konnte nicht heruntergeladen werden. Vergewissern Sie sich, dass Port TCP 445 SMB-Dateifreigabe auf dem Server 14 zugelassen ist. Das schauen wir doch mal ganz kurz nach, ob das der Fall ist, weil eventuell fehlt das. Das ist ein Firewall-Thema. Das könnte ich übers Windows Admin Center machen. Da müsste ich bloß aus dem Assistenten raus und wieder fortsetzen. Das geht. Ich kann da an meinem Storage Migration Service wieder ansetzen. Aber es würde doch einige zusätzliche Klicks erfordern. Deswegen schaue ich jetzt hier mal ganz kurz die Firewall. In solchen Fällen sehe ich es übrigens bei Kunden immer wieder, die sagen, Firewall, die schalte ich aus. Bitte nicht machen. Sondern ich habe hier ganz klar identifiziert, dem Server fehlt das File-and-Printer-Sharing. Genau das, was mir die App gemacht hat. Das möchte ich zulassen, weil ich das Feature brauche. Also von daher, das soll schon passieren. Aber bitte jetzt nicht einfach die Firewall ausschalten. Die lässt sich auch gar nicht mehr so einfach ausschalten. Also die Firewall, die macht dann unter Umständen die Schnittstellen komplett dicht. Aber versucht es gar nicht. Lasst die Firewall an und konfiguriert einfach die Ports, die ihr für den Zugriff braucht. Jetzt schauen wir es nochmal an. Ja und schon geht es viel schneller. Ich sagte ja gleich, dass das irgendwie länger dauert als erwartet. Ich habe bloß nicht von selbst sofort dran gedacht, einmal auf die Firewall zu schauen. So jetzt möchte ich die Datei öffnen. Mach die mal im Notepad auf. Naja und dann sehe ich eine Liste der Dateien. Naja und die Dateien sehen komisch aus. Die haben hier irgendwie einen Zeitstempel 1.0001.000. Also da gehe ich fest davon aus, dass die Datei hier, sagen wir mal, beschädigt ist. Irgendwie ein Problem hat und deswegen nicht übertragen werden kann. Das ist auch dreimal die gleiche Datei. In der Praxis würde ich mir jetzt anschauen, ist das ein wichtiges Dokument. Muss ich da manuell ran, muss ich das manuell kopieren. Im schlimmsten Fall muss ich dieses Objekt manuell kopieren und die Berechtigungen manuell setzen. Für mich sind diese Dateien aber, würde ich mal sagen, unkritisch und ich kann hier jetzt auf Weiter gehen. Jetzt sind wir nämlich dann bei dem sogenannten Cutover auf den neuen Server umstellen. Anmeldeinformationen nehme ich die, die ich schon einmal gespeichert habe. Auch die Anmeldeinformationen für das Zielgerät nehme ich die, die ich schon einmal gespeichert habe. Wir gehen einmal auf Weiter. Jetzt wird es spannend. Zunächst mal im Cutover. Dieses Gerät soll eingeschlossen werden. Ich könnte auch sagen, den Cutover möchte ich für dieses Gerät nicht durchführen. Es ist gut, dass mein neuer Fileserver Fileserver 02 heißt. Das soll bitte auch so bleiben, das möchte ich nicht ändern. Dann wäre das mein Schalter. Dann Netzwerkeinstellungen migrieren, könnte ich ausschalten. Ich sage vielleicht wieder nein, der Fileserver 02, der hat seinen neuen Namen, der hat seine neue IP-Adresse. Alles gut so. Ich möchte das nicht übernehmen. Und dann alle Netzwerkadapter migrieren. Vielleicht hat ja mein Quellserver zwei oder drei Netzwerkadapter. Der Zielserver aber nur noch einen. Dann könnte ich auch das letztendlich ausschalten. So, was möchte ich denn migrieren? Quellnetzwerkadapter. Da ist DHCP im Einsatz. Mein Zielnetzwerkadapter ist dort, heißt einfach Ethernet. Den hätte ich schön benennen können. So, Quellgerät nach der Umstellung umbenennen. Den möchte ich mit einem neuen Namen versehen. Und zwar soll der dann den Namen bekommen. D110 minus FS old. Das ist der alte. Und so FS old. Der soll umbenannt werden. Alternativ könnte der einen zufällig generierten Namen bekommen. So, dann geht's weiter. Dann haben wir Timeout für die Umstellung. Anmeldeinformationen für das Active Directory. Da steht jetzt hier Anmeldeinformationen gespeichert verwenden. Da ist das Feld aber leer. Würde mich so ein bisschen verunsichern. Deswegen trage ich die nochmal ein. Das passt. Dann Geräte übernehmen. So. Quellgerät ursprünglicher Name D110 FS 2008 R2. Quellgerät neuer Name D110 FS old. Zielgerät ursprünglicher Name D110 minus FS02. Zielgerät neuer Name D110 FS 2008 R2. Jetzt sagte ich schon, das ist vielleicht nicht so sinnvoll. Die Namen habe ich gewählt, damit klar ist, welcher ist denn welche Version. Also, dass das ein 2008 R2 ist. In der Praxis könnt ihr ja sagen, FS02 ist viel schöner. Oder vielleicht hieß ja euer File-Server File-Server und dann wird der Name beibehalten. Ganz klar. Gut. Jetzt muss ich überprüfen. Weil das, was da steht, ist ja nicht klar, ob das funktioniert. Also überprüfe ich das einmal und er testet nochmal. Er testet jetzt, ob er Quelle erreicht, ob er Ziel erreicht, ob er das Active Directory erreicht, ob er Zugriff auf das Umbenennen hätte und so weiter. Also letztendlich, wenn hier alles erfolgreich ist, dann kann ich davon ausgegehen, jetzt wird es funktionieren. Er kann sie auf den Quellcomputer konnektieren. Er hat Ziel auf den Destination Computer. Na ja. Und jetzt gehen wir auf Weiter. Und wir starten mit der Umstellung. So. Und dann sehen wir hier schön. Gestartet hat er jetzt. Quellgerät aktueller Name, Zielgerät aktueller Name, können wir hier sehen, was dort angezeigt wird. Zielgerät aktuell, Quellgerät aktuell, Zielgerät aktuell. So. Cutover wird dann loslaufen. Gerade ist er in einem Idle-State. Jetzt ist eine Frage. Geht Storage Migration Service auch zwischen unterschiedlichen Domänen? Also kann ich das auch benutzen, wenn meine Systeme nicht in der gleichen Domäne sind? Jetzt geht das, weil wir haben ja in jedem Schritt die Anmeldeinformationen eingegeben. Bei mir war der Vorteil, ich hatte immer den gleichen User, weil bei mir dieser User ja letztendlich hier genauso Rechte hatte wie hier. Und wir dann auch die Situation hatten, dass bei der Migration dann letztendlich der Ziel-Server ja auch in dieser Domäne war. Das könnten aber unterschiedliche Domänen sein. Jetzt ist es allerdings dort so, wenn ich natürlich diesen File-Server in eine andere Domäne hinein migriere, dann ist die Frage, was passiert mit der Access-Control-List? In der Access-Control-List stehen SIDs drin. Und diese SIDs werden migriert. In der Ziel-Domäne würde ich sagen, SID 123, wo vorher der Manfred letztendlich dahinter lag, die kenne ich dort nicht, weil die Ziel-Domäne ja ganz andere SIDs hat. Das heißt, technisch funktioniert das alles. Ihr müsst euch bloß überlegen, wie kriege ich denn die alten SIDs darüber oder wie mache ich das, dass das mit den Berechtigungen dann wieder passt. Das ist nicht Teil des Storage Migration Service. Aber meine Freigaben inklusive der Liste mit den Berechtigungen, die Access-Control-Lists werden ja bei NTFS wie auch bei ReFS dezentral gepflegt. Das heißt, jedes Objekt hat seine Zugriffsberechtigungsliste, wo letztendlich drin steht auf der linken Seite eine SID und auf der rechten Seite eine Berechtigung. Wenn zu der jeweiligen SID in der zentralen Benutzerkontendatenbank der passende User gefunden wird, wird der Username angezeigt. Wenn nicht, dann eben entsprechend nicht. Das könnt ihr immer dann sehr schön sehen. Wenn ihr einen Fileserver habt, da habt ihr irgendwelche Berechtigungen gepflegt, dann habt ihr User direkt eingetragen. Das geht ja technisch. Und jetzt löscht ihr einen dieser User im Active Directory. Dann hat der Fileserver in seiner Access-Control-List den Eintrag immer noch drin. Dann stand halt bis vor einer Stunde, da Manfred hat Vollzugriff. Jetzt haben wir den Manfred gelöscht, also steht dort nur noch SID 1234567 Vollzugriff. Ich habe daher an der SID nicht mehr die Möglichkeit, so direkt festzustellen, welcher User ist denn das? Es sei denn, ich würde den User wieder herstellen und ähnliches. Und wenn ich in eine andere Domäne migriere, dann habe ich halt letztendlich an allen SIDs oder an allen Einträgen dieses Thema mit der SID. Jetzt sagt aber Microsoft, naja Moment, wir empfehlen euch doch das AGDLP-Prinzip anzuwenden. Das heißt, ihr habt doch auf dem Fileserver lokale Gruppen und die haben Permissions zugewiesen und die lokalen Gruppen können wir rüber migrieren. Das heißt, ich muss dann in der Zieldomäne nur festlegen, wer ist denn jetzt wieder Mitglied welcher Gruppe? Gut, also geht auch mit verschiedenen Domänen. Jetzt, wenn wir einen Transfer machen mit einem Windows Server 2012 A2 2016 Target, dann hatte ich schon gesagt, gibt es dort nicht den Proxyservice auf dem Zielsystem. Das heißt, wir müssen es über den Mittler machen, über diesen Windows Server 2019 unten in der Mitte. Das funktioniert, ist bloß letztendlich doppelter Datentransfer, ist also etwas mehr Aufwand. Was wir gerade machen, ist das Szenario Windows Server 2019 Target. Das heißt, ich habe zwar den Proxyservice unten auf dem Orchestrator Server installiert, aber der Datentransfer, der findet bei mir jetzt direkt statt. Das heißt, auf der linken Seite ist mein 2008 A2 System in meinem Beispiel, auf der rechten Seite der 2019er. Das ist gerade auch eine Frage im Chat. Wenn mein Ziel Windows Server 2019 ist, dann erfolgt das direkt. Wenn mein Ziel Windows Server 2012 Release 2 oder 2016 ist, dann erfolgt das Kopieren über diesen Orchestrator Server, also in meinem Fall über den Server 14, erhöht etwas die Last auf dem System. Und was natürlich ein Thema ist, wir brauchen dort auch Speicherplatz. Das heißt, der Datentransfer findet immer Initial statt zwischen Quelle und Proxyservice, Storage Migration Service, Proxyservice. Wenn das Ziel 2019er ist, dann könnte das direkt erfolgen. Gut, was ich auf dem Zielserver schon gemacht habe, das habe ich aber ja gezeigt. Ich habe dort letztendlich schon kopiert oder konfiguriert die Fileservices. Ich habe keine Freigaben eingerichtet, aber der Fileserver, der war letztendlich schon da. Na ja, jetzt schauen wir mal. Erfolgreich. Das hat geklappt. Das schaut gut aus. So wollen wir es haben. So soll es ausschauen. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat er da eigentlich alles gemacht? Schauen wir uns das hier mal an. Zielgerät hat einen neuen Namen. Das wollen wir mal sehen. Server FS02. Moment, meine VM heißt immer noch FS02. Die ist aber mal neu gestartet zwischendurch. Ich melde mich an. Dauert ganz kurz. Server Manager startet. Sehen wir, Mensch, die virtuelle Maschine D110FS02, die heißt jetzt D110FS2008A2. Die wurde umbenannt. Schauen wir mal auf das Laufwerk E. Die Ordner sind da. Die Daten sind da. Alles übertragen worden. Die Berechtigungen sind da, wenn wir die jetzt vergleichen würden. Jetzt schauen wir mal auf unseren 2008 R2 Server. Das war ja der da. D110FSold, so wie ich ihn benannt hatte. Und was mir jetzt der Storage Migration Service hier an der Stelle noch anbietet, wenn ich ins Windows Admin Center schaue, der sagt hier hinten, ich könnte auch noch Azure File Sync einrichten. Das könnte ich jetzt nutzen, um den neueren Domain Controller nach Microsoft Azure, Entschuldigung, nicht den neueren Domain Controller, den neueren File Server nach Microsoft Azure zu synchronisieren. Für so ein Szenario, wo ich erwähnt hatte, wo es jetzt vielleicht viele User gibt, die im Home Office sind, die in Zweigstellen sind, die dort entsprechend Zugriff drauf benötigen auf dieses System an der Stelle bzw. auf die enthaltenen Daten. Gut, also letzter Schritt war der Cutover. Cutover kann so aussehen, wie ich das gerade gemacht habe. Das heißt, die Daten werden übertragen wie Computername, IP-Adresse auf einen Ziel-Fileserver. Cutover könnte aber auch so aussehen, wie es vorhin schon Teil einer Frage war, wo wir sagen, wir übertragen dieses alles auf den Storage Migration Server selbst. Das heißt, der ist mein Migrations-Target, also auch das wäre denkbar. Das ist ja dieses Einfach-Szenario mit nur einem System. Also Storage Migration Service, wirklich eine tolle Sache. Ich bin da sehr begeistert davon. Ich nutze das sehr gerne, funktioniert auch in der Praxis sehr gut. Und es ist über das Windows Admin Center sehr komfortabel bedienbar. Gut, ihr könnt den Chat nutzen für eure Fragen. Da muss ich mal ganz kurz lesen. So, die hatten wir schon beantwortet. Also es geht auch über Domänen hinweg. Wir können die Daten direkt kopieren. Alles gut. Prima. Also Storage Migration Service. Kann ich euch nur empfehlen. Probiert es mal aus. Nutzen Server 2019 Standard oder Data Center. Ist auch in der Evaluations-Version nutzbar. Und probiert das mal aus mit der Migration. Wird kontinuierlich ausgebaut. Es ist eine Erweiterung im Windows Admin Center. Ich klicke jetzt mal noch ganz kurz auf Fertigstellen. Das bedeutet, wenn wir dort uns in den Einstellungen bei den Erweiterungen das anschauen, dann gibt es dort die Erweiterung für den Storage Migration Service. Hier sehen wir es. Wird kontinuierlich aktualisiert. Ich habe jetzt schon eine neuere Version installiert als die, die ich hier zum Download hätte. Deswegen wird mir das so angezeigt. Aber dort gibt es kontinuierlich neue Versionen mit entsprechenden Erweiterungen. Übrigens zurück im Storage Migration Service. Wenn ich da später nochmal reinschaue. Ich gehe nochmal auf den Server 14, was ja mein SMS Server ist. Und ich gehe auf den Storage Migration Service. Dann habe ich dort einen Überblick über meine Jobs. Und ich sehe, was ist denn da schon gelaufen. Wie viele Daten habe ich schon migriert? Wie viele Daten sind überarbeitet worden? Und ich kann jederzeit so einen Auftrag nochmal wieder aufrufen. Ich kann weitere neue Aufträge erstellen. Also das Ganze ist da super flexibel. Gut, damit sind wir auch zeitlich schon wieder fast am Ende. Heute mal ohne Zeitüberziehung. Morgen geht es um das Thema Exchange Online. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Um 9 Uhr am 18. Juni geht es um ein Thema, was jetzt schon häufig gefragt wurde. Wie kriege ich mein lokales Active Directory mit dem Azure Active Directory zusammen? Da geht es um die Azure Active Directory Connect Konfiguration. Und am 18. Juni haben wir auch noch ein Partner Support. Eure Fragen um 11 Uhr dann. Und am 22. Juni geht es um Remote Desktop Services. Also spannende Themen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und wenn ihr euch fragt, wie kann ich denn heute einen Rucksack gewinnen? Es gibt ja immer 10 Rucksäcke zu gewinnen. Da hatten wir jetzt Feedback gekriegt, dass das sehr kompliziert wäre. Also eigentlich nicht. Ihr müsst nur am Termin teilnehmen. Und das hoffe ich, das tut ihr nicht wegen der Rucksäcke, sondern wegen den Inhalten. Und wenn ihr an dem Termin teilgenommen habt, dann gibt es dort immer eine Antwort Option. Naja und gestern war das Feedback. Das könnten wir jetzt auch anders interpretieren. Naja, das ist heute vielleicht auch wieder so. Der Tagescode, der heute eingegeben werden müsste, ist die Antwort auf die Frage, in welcher Windows Server 2019 Edition ist der Storage Migration Service nicht enthalten? Ich betrachte die Editionen Essentials, Standard und Data Center. Es gibt noch den kostenfreien Hyper-V Server. Das ist richtig, aber das ist keine käuflich erwerbbare Edition. Und es gibt auch den Windows Server IoT. Den betrachte ich auch mal nicht, sondern die drei klassischen auch als OEM Lizenz verfügbaren Editionen. Also wo ist der Storage Migration Service nicht enthalten? Das müsstet ihr einfach eingeben. Gebt einfach den Namen der Edition ein. Das ist die Antwort unter wbscevents.de slash wbsc-rucksack. Und dann wünsche ich euch viel Glück. Viele haben uns schon geschrieben, dass sie einen gewonnen haben. Sven hatte ja auch gestern eine Aktion gestartet, dass es zusätzlich nochmal die Möglichkeit gibt, unabhängig von diesen Webcasts über eine LinkedIn Aktivität hier an dem Gewinn teilzunehmen. Ich wünsche euch da auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Und jetzt sage ich euch vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen um 9 Uhr wieder live hören. Bis dahin macht es gut. Einen schönen Tag und Tschüss. Also sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Dann können wir uns gerne auf.